3...2...1... Moin Leute, jetzt kommt zu einer neuen Folge... ARK... Ähm... So, hallo. Ja, bei mir ist immer noch Sumpfieber am Start. Von der letzten Hülle habe ich immer noch Sumpfieber. Oh, ja ok, mit Raketen fliegen ist nicht zu scharf. Hast du Hyrule dabei? Ja, habe ich. Schweizer Heimat, glaube ich. Äh, ab in die Höhle. Kalt. Ich habe alle den... Oh, nein. Oh, shit! Super gemacht, Mathilde. Hätte jemand dich vorgewarnt? Da kann man durchkriechen. Ich muss hier vorne rausschwimmen. Ach so, so geht's. Sind hier ein Haufen Wölfe. Ah, das... Und wie tue ich mich ausklinken? Ach du heilige Scheiße, das hat einfach ne... Ich würde da weggehen. Ja, ich auch. Aua, Rüstung. Ach du Scheiße. Wow, natürlich kommt der Wolfi durch. Schieß doch, dumme Pumpgun. Lad nicht nach, schieß. Alter, einfach ne Wolfsami. Ja, frag nicht, was hier los ist. Ja, äh, ah. Okay, ich hab's hingekriegt. Da rotest du einfach mal schön hier den ganzen Wolfsbestand aus. Und Beeren. Ach du heilige Scheiße, dahinten sind ja noch mehr. Okay. Anderten. What the fuck, was geht alles? Da, da ist er! Der, der, der... Ayeti? Bigfoot ist das. Ja, Bigfoot. Wir haben Bigfoot erfunden. Erfunden. Null. Ich kann nix machen, ich kann nix machen, ich kann nix machen. Ich werde angegriffen, neben mir. Ach kacke, nein, das lässt mich jetzt nicht helfen. Dir nicht helfen. Oh. Scheiß Pullovia. Ich hab' ihn nicht so früh fliegen zu können. Ich mach' Trick 17. Ähm. Auch, weißt du. Dann kann ich hier auch, ohne dass ich hier angegriffen werde, es rumschießen. Ich frag mich, wie meine Munitionsneige geht. Ja, okay, ich halte noch mehr aus. Ja, okay, ich halte noch mehr aus. Ja, Bigfoot. Verreckt doch. Endlich. Scheiß Yeti. Äh, lebt immer noch einer. Der haut dir ab. Na, ich lebe schon mehr als diese Viecher. Ich würd mal sagen, hier hat mal... ganze Erdnissgerätet. Ja, perfekt. Da ist ein Angler. So macht man's, geil. Töten doch nicht friedliche Fische. Mal weiter geht's. Ja, weiter geht's. Okay. Jetzt wieder so ne große Halle. Bits. Ja, und man hört Wölfe. Granaten. Auslöschung. Hi, ich hecke auch bissl rum. Hi, schaut mal neben... Was ist hier drin? Wo läuft sie denn? Felix, schaut ja mal neben mir. Schau dich mal um bissl. Dann weiß ich wie ich hecke. Okay. Jetzt sammeln sich alle unter mir. Ich seh's. Ein paar Granaten rein Schippern. Alter, ich mag hierzu unbedingt entvollziehen. Alter, ich mag hierzu unbedingt entvollziehen. Aber geht halt ein schöner 300er. Alter, diese ganzen Affen, ne? Was ist das? Manche Blinde hier noch. Oh, ne, ne, ne. Achsel, wo bist du? Ja, bist du weiter hinten. Ich will jetzt nicht landen, weil sonst will mich ein Polarwolf essen. Achsel, wo bist du? Die alle extra mir hin explodieren. Die alle extra mir hin explodieren. Gut, der Wolf hat ein 1700er Shirt bekommen. Nochmal. Die ganzen Yetis hier. Also grad ist nicht so arg viel los. Ja, jetzt nicht mehr. Achsel, ja, bei mir verfolgt mich immer noch ein Yeti. Achso, bei dir bist du's. Ich kann ja nicht so rumfliegen wie er. Ah, da ist noch einer. Ich bin gerade aufgelaufen. Ich glaub hier. Ich treffe halt einfach mit der Shotgun gar nix. Du voll kackst so ernsthaft in der Scheiß Shotgun. Also hier unten sieht's jetzt. Interessant aus. Ich war nicht so främ aus. Gut, ich muss halt ins Wasser jetzt treffen. Oder? Viel Glück beim Springen, Marcel. Hier sammeln sich schon die Viecher wieder. Hier ist der aber Loot drop. Und man hört die Böse. Die hinter mir sind. In großen Zahlen sind die wieder die Viecher. Ähm. Boah. Ja. Ja. Moin. Äh. Bei Felix geht die Party ab. Ja. Aua. 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 Ja, nice. Aua. 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 Bei mir. Ich färg gleich. Ich bin fast tot. Stirb. Unheult. Na ja. Ich hab echt wenig KP grad. Da bin geht's. Oh, jetzt erfriere ich nicht mehr wieder. Puh. Was? Ich war kurz am Entfrieren. Wo geht's denn hier weiter? Sieht ihr irgendwer was? Bei mir. Bei mir. Bei mir. Da wo die Hose 680 Schaden kommt. Ah. Felix ein Yeti kommt zu dir. Oh. Oh, ein goldener Drop. Wo geht's weiter? Bei mir. Ja, einfach den Weg entlang gehen. Ja. Ah, das ist jetzt schon wieder enthoffen. Okay, ich will die abhauen. Ja, natürlich. Natürlich. Nicole, du bist heute schädig. Ja, Alter, was macht die mit denen? Ich will zerstören die. Ohje, Ba- na 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 na. Hörb. Jetzt ist er dreckes Polarwärm. Ne, gut. Lebt ihr noch? Ich ja. Ich bin leider gestorben. Aber ich kann einfach teleportieren. Aua, 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 Aua. Also die Yetis lieben dich. Oh ne, jetzt will mich der Yeti. Aua! Aua! Hilfe! Einschaden! Einschaden, Aua! Die Einschaden tun mehr weh als alles andere. Von wo kommst du denn her? Alter. Ey, Marcel. Aua, meine Handschuhe sind kaputt. Alter, was hier los ist. Hätte ich nicht gedacht. Ich muss mal schnell meine Reifel abkühlen lassen. Ja, und bei mir ist halt alles fast kaputt. Was ist das für eine Armee? Ich kann nichts machen. Ich bin tot. Dann kannst du ja gleich zu mir kommen und damit teleportieren. Wo soll ich spawnen? Bei euch in der Base? Äh, nee, bei dir in der Base. Bei mir bist du, okay. Wegen der Bettmenge bist du bei mir gespawrt oder was? Was sind vier Stück? Ich hab fünf Betten. Sag's mir einfach, wenn ich loslegen kann. Ja, wir müssen halt den ganzen Weg leider noch durch und... Wie willst du da durch ist die Frage? Müssen wir hier... So, durchrennen einfach, ne? Bei manchen Stellen kann man echt gut Fallschaden bekommen. Ja, ich bin gleich da. Äh, irgendwie hab ich gerade 1740. Freu dich doch, dann machst... Dann bist du schneller durch. Also... Jetzt wissen wir, was die zwei behindernsten, nervigsten Höhen sind. Das ist im Schneegebiet. Ich bin da. Das ist eine im Schneegebiet und das andere im Redwood. Die sind halt echt knackig. Nervig. Knackig sind die. Ja, nein, meinetwegen knackig. So, ich bin spielüberladen. Was nimmst du alles auf? Eier. Jetzt ernsthaft. Wehe, jetzt ist alles wieder neu gespawnt. Wehe. Dann sind wir tot. Soll ich mal schnell zurücklaufen? Ne, mach net, weil... Dann ist wahrscheinlich ja das bei dir dann alles spawnt. Okay, hier ist immer noch alles... Naja, nicht alles. Scheiße. Hier sind Wölfe. Zwei Wölfe waren da. Aber nur zwei. Ich bin geflohen. Ja, noch mehr... Ja, okay. Hier sind... Pulovia, Pulovia. Ich renne einfach durch. Ja, hi, bin da. Ich muss irgendwie nur mein Zeug holen. Nein. Ich bin Wasser. Springen. Wehe, der Angler will mich jetzt. Wehe. So können die... Blumia, so hoch bin. Es kreiert schon wieder Schaden. Weil ich im Wasser bin oder was? Ja. Ich muss jetzt einen Jump and Run machen mit 90 HP. 75 HP. Scheiße, ich muss durchrennen. Mein Zeug zu bekommen. Ich weiß nicht, wie ich hier hin gehen kann. 50 HP. Okay. Ich bin hinter dir dreien. Ähm. Okay, ich tu mich jetzt gegen heilen. Rüstung, Rüstung, Rüstung. Ich hab nur drei Teile noch von meiner Rüstung. Und beide sind meine Schuhe auch kaputt. Nein. Ach du Scheiße. Du wirst auf Resistenz killen, dann überlebe ich es eher. Theoretisch hätte ich mal einen Juti die ganze Zeit rausnehmen können. Ich auch. Ich auch, ich hatte auch die ganze Zeit einen Juti dabei. Und ich hatte noch einen Wolf dabei. Aber der Wolf wäre schon eher gestorben. Seit wann sind die Salmone so aggressiv? Ich war nicht aggressiv. Ich war nicht aggressiv. Ich war nicht aggressiv. Auf einmal sind sie es. Nein, mehr nicht. Also da habe ich es nie erlebt, dass die aggressiv sind. Ähm. Ich habe leider keinen Sattel für meinen Juti. Ich habe ihn geblieben. Wir müssen ihn nicht nach rein. Aus die Komposition nicht zu gehen. Tsch Tsch. Ich gehe jetzt nicht weiter, weil hier die Pulovias auf mich warten. Ja, ich mache. Oh ja, da ist jetzt sie. Oh Scheiße, bei mir ist ein Bär. Ja. Ich zieh durch, ich zieh durch. Na komm. Ah, geht's. Wer wollte sich hier mit uns entlegen? Ich lasse euch mal kämpfen. Ich werde gleich aber meinen Ding auf Forst fienden müssen. Weil der ist bissel angeschlagen noch. Angriff. Ja, okay. Das war es jetzt auch. Okay. 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 Ich glaube wir hätten die Idee mit den Jutis früher nicht machen sollen. Ah, da oben ist was. Ja das. Ein roter Drop. Nee, ich. Ach komm. Ja, die ziehen durch. Okay. Sowieso nicht. Wie geht's dann. Das ist das Schild. Ich muss schon immer ein Holzschild haben. Ernsthaft aber ein Holzschild? Ja. Bruh. Und ne, 100% Pelzrüstung. Ja, da haben wir selber die Fiends fleißig ab. Na, weil's eh keiner machen wird von euch. Ich hab auch nicht die Materialien zum abbauen da. Ja, du hast keine Spitzack oder Axt dabei. Dann ist es lost. Ich hab nur Waffen mitgenommen. Ja, wir können schon durch mich machen. Ja, wir können schon durch mich machen hier. Schalatane. Rette mich. Rette mich. Ah, nee. Ach, ich hab meine Beute. Ich hoffe, ich hab Harald richtig gestehen. Sorry, wenn nicht. Was? Schein verhält den Namen von meinem Jutian. Ach so, okay. Oh, ein roter Drop. Holzschild, wer hätt's gedacht. Boah. Boah. Ach, die Kacke. Seht ihr die Fanzzahlen bei mir? Nein, ich bin nicht. Nein, 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 nein. Also, ich verreck hier gerade. Hier ist alle fackt. Ich komme jetzt hier nicht weiter so richtig, weil ich mein Juti irgendwie retten muss. Alle Fakten sind stark. Ich brauche einen Sattel für meinen Juti, ich kriege den nicht aus dem Wasser raus. Okay, ich habe meinen Juti gerettet. Okay, wo ist das Artefakt? Wieso verfolgt ich einen Wolf? Marcel aber verfolgt dich übrigens immer noch. Ja, weiß ich. Bin tot, bin tot, bin fast tot. Das ist aber den ganzen Weg zurück, ne? Ja, zurück ist nicht mehr so das Problem, weil die eh schon alle fast tot sind. Oh, irgendwie Sponsierkanade, Fakten, ja. Belastend. Ne, man könnte schon, also alle Leute sollten eigentlich bekommen dürfen. Ja, super. Ja, belastend. So, ich glaube, das ist echt in jeder Höhle, wo man nur zwei nehmen kann. Und dann wird alles neu gespawrt. So ein Bullshit. Aua, Aua. So, ich beende auch langsam die Folge. Die Schneehöhle ist nervig gewesen. Mit Jutis Leichter. Mit den Hochgezüchteten. Von Mio? Ja. Den kranken Doktor Frankenstein mit äh. Namen Felix. Ja. Doktor Frankenstein Felix. Ne, Doktor Felix Frankenstein. Passt doch mehr. Warte, wo bin ich? Wo geht's raus hier? Ja. Da geht's doch weiter, oder? Die sind die Dings lang. Darüber geht's raus. Mach's hier. Ach da. Ich dachte jetzt hochrennen. Warum bin ich eigentlich mit meinen Dingen zugegangen? Äh, Plovia. Mich will jeder schon wieder essen. Was ist das? Okay, ich würde aufpassen, jetzt sind schon wieder ein paar Viecher respawned. Wie, jetzt nicht mehr. Hm. Aua. 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 Ja, tot Plovia, natürlich. Natürlich. Ja, kann dir jemand mein Leiche mitnehmen? Ja, ich auch. Tschüss, bis dahin. Hab mich vergessen, abzuschieden. Äh, aufgelapelapelap. Tschüss. rumorsimpf Toto. territory,